Hallo, edle Recken! Mein Name ist Sir Blood und heute erfreuen wir uns der ritterlichen Tugenden. Wir gehen sofort hinein in das Kampftutorial. Ich habe keine Ahnung. Von dem Game, wie immer. Ich weiß nur so wie Battlefield, nur im Mittelalter, also rein aller. All right, that's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. We're perfectly safe at the moment. Where's your sword, recruit? Ja, bevor ich mein Schwert ziehe, muss ich hier erst mal mich wappnen. So. We're eager to swing that thing around, so let's get right down to it. Nice! To another! Enough! Again! One more! Oh! Ah! Post! Alter, er ist komplett aufgeschnitten. Try to block three of my strikes as I turn in and out of them. Verstehe, ja, je nachdem wie er gedreht ist. Very good! Stop that cabbage over there! Stechen? Nice farming, recruit. Also, so? All right, all right, all right. All right, all right, all right. All right, all right, all right. So, in this case it's a good idea to cancel an attack before it is fully committed. Ja, Schwertkampf steht mir. Also, das ist die hohe Kunst. Der heilige Scheiße wurde der weggemacht. Hit that medium range target three times. Balls eye. Inner circle. Balls eye. You're probably just lucky. Those yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag of a well-aimed shot. Come on. Oh, shit. They are going to retaliate. Get back into the camp soldier and report for duty. Yeah, das war ja knackig. Okay, und jetzt können wir uns hier ausrüsten. Ah! Oh! Haha! Jawoll! Muss ich Stufe 4 sein, oder was? Okay, wir brauchen Stufe 4. Wir brauchen Stufe 4. Wir spielen erstmal Frontline. En garde! So, auf für die Schlacht, Männer! Oh, dich mach ich lang! Oh, shit! Aua! Oh! Haha! Danke! Ich hab jetzt ne... Ey! Haha! Ja, come on, Arschloch! Okay, okay, okay. Shit! Okay, das ist ein ganz schönes Gehacke. Wer bist du? Wir müssen mal erstmal Fuß fassen, ne? Erstmal Fuß fassen hier auf dem Schlachtfeld. Oh, shit! Wow! Hahaha! Ja! Scheiße! Man geht eher in ihren Angriff. Alter! Von hin! Ich muss hier mal eben jetzt reißen. Jetzt reißen! Wow! Ey, jetzt reißts aber! Damals war das noch so, man sagt erstmal Hallo, stellt sich vor, dann sagt man, dies ist ein Duell. Und dann kannst du in Ruhe! Und hier ist so hastig, Alter! Hier kommt so die Wusteln hier rum. Bleib doch mal stehen, Alter! So! Ja! Bleib liegen, Junge! Boah! Das war knapp! Komm mal ran, Alter! Ich glaub, es geht los! Ey, jetzt zwei! Ey! Also! So! Ey! Läuft uns nicht! Es ist nicht nach Kodex und so, ey! Also! Also! Ich muss hier jetzt mal was los! Ja! Zu meiner Zeit gab es solch frevelhaftes Verhalten gar nicht! Wie, äh, zu zweit auf ein! Allein, dass zwei Bogenschützen einen aufs Korn nehmen! Bogenschützen haben sich gegenseitig zu beballern, Allah! Als einer der ritterlichen Fugen dann hochhält, kennt das so, dass beim Kiosken auf Augenhöhe sich erstmal respektvoll begrüßt wurde, ja! Und dann gab es ein Ritterlichen! Nun gut! Stufe 4! Das heißt, wir rüsten uns jetzt mal aus! Ich bin nämlich auch anpassungsfähig, sag ich mal! Ja! Ambrust! Nehmen wir! Ich glaub ne Bärenfalle! Also ich pass mich an! Sagen wir so! Gesicht und Stimme! Oho! Thank you, sir! Upsi! Well, hello! Come on, men! Stop right there, criminal scum! Das, ähm, klingt gut! So! Dann sind wir fertig! Auf in die Schlacht! Jetzt wird zurückgef... Oho! Oho! Treffer! Treffer! Uh! Brechen hier an der Seite durch! Treffer! Ah! Ah! Shit! Verstückst mich! Oh, kann ich hier hoch? Hoho! Auf auf! Feuer! Treffer! Da ist der Feind! Treffer! Oh, er schießt mir auf mich! Dort droben! Für Ehre! So, jetzt schießen wir mal zurück, ey! Ab 4 Uhr! Für Ehre! Ehehehe! Lappen! Hey! So! Ah! Wir werden zwar zurückgedrängt, aber ich erfülle meinen... Soll... Oh, da brechen sie durch! Für Ehre! Ehehehe! Oho! 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 Wo sind denn meine ganzen Leute? Ehehe! Oh! Wir haben sie zurückgedrängt! Fortschrefflich, Männer! Zum Angriff! Ah! Ja, es kann doch mal passieren! Schuss! Ehehehe! Ich fühle mich ritterlich bestärkt! Gefällt mir sehr gut! Ah! Ich fühle mich ritterlich bestärkt! Gefällt mir sehr gut! Ehre! Ehehehe! Weg gemacht! Oh, ist einer über mich hinweggesprungen! Königlich! Ehehe! In den Nacken! Komm mal her! Jetzt hier im Nacken! Komm mal ran hier! Ehehehe! Ah! Ehre! Oh Gott! Na, du willst, was? Ah! 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 Ja, aber da wollte ich, da wollte ich mit dem Fickrichaller! Das geht brutalste Sache! Das zeigt hier nicht so wie bei... Ähm... Hier... Siegfried und... Mein Homie damals! Wie hieß der denn? Parzival! Genau! War damit ein Hopeboy von mir! Da war das alles noch anders mit dem Duellieren! Hier geht's halt richtig in die... Prasse aller! Schmeißte hier mit Ächsen, weißt du? Kann ich auch! Oh, Headshot! Cool! Wir stoßen hier mehr und mehr vor über rechts, wa? Ja, sehr gut! Treffer! Boah! Richtig in die Fresse geworfen, das Ding! Wartet ihm helfen! Oh, nee! Ah! Hahaha! Oh, da kommt einer von links! Ah! So nahm, raus'n, nicht? Egh! Ehh! Für Ehre! Oh! Hehehe! Ehh! Oh! Bord in die Fresse! Schwer! So! Am Garten! Jetzt bin ich jemand! Okay, vielleicht sollte ich das doch lassen! Oh, wir haben bald verloren Ich könnte auch die Seite wechseln, oder? Ist leider voll Na gut Für deine Ehre Das Nicht mal für meine Was? Das ist gefährlich, ey Verzieht euch Ehre, Ehre, Ehre 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 Oh, ja wahrscheinlich Eh Stop right there, criminal scum Nettere Kerl Eh, Pepper Aber er schon wieder Es läuft so gut Ich glaube, jetzt hätte ich noch mal Bock Auf so ein bisschen Knüppel aus dem Sack Ja, doch Schön von oben durchziehen Oh, ja, jetzt läuft Nochmal nachtreten Ist wichtig Ich ab Guck dir an Oh, muss nicht sein, Bruder Oh 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 Jawohl Ach, das war Made Oh Na ja Ein Rott Oh 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 Ja, das kenne ich Reif wie die Schlappe Bam Ehre 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 Oh, es brennt Ehre Hey Ehre Hoppala Ah, den kriege ich Warte mal hier Für Ehre Es hört nie auf In dem Sinne Tschüss Das war's 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 Vielen Dank.